Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 237, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts werde ich nicht weiterhin irgendwelche Hintern pudern, sondern mal direkt sein, einfach mal direkt und harsch, weil manche Dinge muss man einfach mal direkt ansprechen, denn ich habe so viele Gespräche geführt in den letzten Wochen und immer wieder fallen mir dieselben Dinge auf. Ich will mehr malen und weniger Marketing machen, das höre ich immer wieder. Ich will malen, was ich will und deswegen sucht man sich auch aus, was einem selbst gefällt und dann malt man einfach weiter. Und es ist halt einfach so, mittlerweile der ein oder andere, der meinen Podcast hört und dann auf mich zukommt und vielleicht die ein oder anderen Tipps möchte oder vielleicht sich bewirbt für die Kundenschmiede-Akademie, kundenschmiede.de-akademie, er wird wahrscheinlich oder sie wird wahrscheinlich schon was von der Intention gehört haben. Im englischsprachigen Raum nennt sich das Artist Statement, das ist auch ein sehr akademischer Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Nee, kann man ja nutzen, wie man will, kann es auch sagen, das mache ich, das ist auch eine Beschreibung. Nee, aber es geht ja darum, dass man mit einer gewissen Intention rausgeht. Du gehst ja auch mit einer Intention an deine Arbeit ran, du gehst mit der Intention in deine sozialen Beziehungen rein, du gehst mit einer Intention in deinen Beruf rein und du gehst auch mit einer Intention an das Putzen deines Klos ran. Also, du putzt dir ja nicht die Zähne, sondern du hast eine Absicht, du gehst mit einer Absicht ran, eine Intention. Und wenn es dir so ergeht, wie eben diesen vielen anderen Künstlerinnen und Künstlerinnen da draußen, dann ist wahrscheinlich deine Intention auch recht vage. Ja, so vage, dass es fast schon wehtut. Ich will Lebensfreude in das Leben der Menschen bringen. Ich will Hoffnung in das Leben der Menschen bringen. Ich will angenehme Atmosphäre in den vier Wänden meines Traumkunden schaffen. Ja, das, lieber Zuhörer, ist keine Intention. Das ist eine Wirkung. Das ist die Wirkung deiner Kunst. Um genauso zu sein, einfach auch die emotionale Wirkung, der emotionale Wert. Das bedeutet, wie fühle ich mich, wenn ich dieses Kunstwerk sehe? Okay, das wird dabei beantwortet. Es gibt noch zwei weitere Werte, neben dem emotionalen Wert. Dazu kommen wir noch, aber dazu später erstmal mehr. Die Frage, die ich hier an der Stelle nochmal stellen möchte, ist, hörst du mir überhaupt zu? Hörst du mir zu? Ja, okay. Die Frage, die ich an der Stelle stellen möchte, ist, kann eine unspezifische Intention überhaupt schädlich sein? Also, wenn die Absicht, mit der man in eine Sache reingeht, wenn diese Absicht schwammig ist, kann das einem schaden? Ja. Da brauchen wir jetzt kein Ja oder Nein. Lass mich dir einfach mal an der Stelle mit einem ganz einfachen Beispiel erklären, warum das der Fall ist. Stell dir mal vor, du hast einen Imbiss. Einen vernünftigen Imbiss mit vernünftigem Sortiment. Alles mit dabei, was Menschen so essen. Döner, Pizza, Currywurst, Hot Dogs, gebratene Nudeln, Burger und Pommes. Rot-Weiß. Oder wie man in Berlin sagt, Schranke. Das habe ich auch noch nie gehört. Gruß an die Berliner raus. Finde ich toll. Ich mag Pommes. Also, alles läuft wie am Schnürchen. Du bist da irgendwo am Bauhaus. Hast da so deinen Stand, dein Imbiss. Und die Leute kommen und kaufen. Oder schauen sich es zumindest mal an, bis dann Kim kommt. Kim. Der das Nudelrezept seiner Oma aus Vietnam mitgebracht hat. Und jetzt seinen eigenen Imbiss macht. Natürlich neben dir. Mit seinen asiatischen Nudelspezialitäten. Und der bietet nichts anderes an. Sondern nur Nudelspezialitäten. Und du denkst dir, was für ein Blödmann. Was soll das? Das kann der doch nicht machen. Der kann sich doch nicht neben mich stellen und mir meine Kunden wegnehmen. Böser Mann. Böser Kapitalismus. Ist alles so böse. Nein. Nein. Das kann er doch nicht machen. Doch kann er. Also. Und wer kommt als nächstes? Der Oma. Der seit Jahren besondere Adana-Dönerspieße gelernt hat, zuzubereiten. Und der macht natürlich auch einen Laden auf. Einen Imbiss auf. Und man muss auch dazu sagen, er hat es sich nicht irgendwo so beigebracht. Sondern er hat es daheim, in der alten Heimat gelernt. Und bringt es hierher. Natürlich eine super Geschichte. Genauso wie Kim, der das von seiner Oma gelernt hat. Super Geschichte. Darin lässt sich dann auch eine gewisse, eine gewisse authentische Motivation erkennen. Das ist jemand, der damit aufgewachsen ist. Er hat sich darauf spezialisiert. Das ist sichtbar harte Arbeit. Das könnte ich selber nicht. Da ist Qualität. Im besten Fall. Komisch. Dass jetzt in dem Moment keiner mehr deinen Döner will. Du. Irgendwie Amateur-Dönerspieß-Fabrikant. Nein. Da geht es ja genau darum. Derjenige, der hat da ein ganz, ganz tolles, spezielles Essen mitgebracht. Was auch Döner heißt. Aber anders. Adana-Döner. Und das schmeckt wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Bei uns in Regensburg gibt es da einen richtig tollen Stand. Aber ist egal. Auf jeden Fall, du stehst da. Kannst keinen Döner mehr verkaufen. Kannst keine Nudeln mehr verkaufen. Weil die kauft dann niemand mehr. Sondern die kaufen dann nur noch von Kim und Oema. Ja. Und wenige später, wenige Wochen später, kommt dann Luigi. Na, Luigi. Der Pizza-Virtuoso. Na. Aus Neapel. Der jetzt eine grandiose Pizza neben dir macht. Mit dicken Boden. Noch leckerem Belag, als du dir das dir überhaupt vorstellen kannst. Und zack. Auf einmal kannst du keine Pizza mehr anbieten. Weil Luigi dich in die Tonne kloppt. Easy. Der steckt dich in die Tasche mit seiner Pizza. Selbst wenn er betrunken und blind die Pizzen macht. Macht er besser als du. Na. Und da stehst du nun. Mit deinen sechseinhalb Gerichten. Also Pommes ist ein halbes Gericht. Und dann stehst du da. Hast eingekauft. Bist in Vorleistung gegangen. Hast dich mit deinem Kunden beschäftigt. Und darfst nun jedes Mal reagieren, wenn jemand Neues auf der Bildfläche erscheint. So wie Otto. Der Otto. Das Berliner Urgestein. Na. Mit Currywurst und Hotdogs im Anschlag. Na. Da kannst du. Das kannst du vergessen. Das sag ich dir. Na. Der macht dann seine Hotdogs. Der macht seine Currywurst besser, als du es jemals könntest. Außer du kommst selber aus Berlin. Na. Kurzer. Ja. Ich will ja niemanden auf den Schlips treten. Was ist jetzt die Pointe dieser Geschichte? Na. Wenn du dich breit aufstellst, dann wird dich der Markt zerpflücken. Ganz einfach. Und auch deine Konkurrenten. Weißt du. Da draußen gibt es Menschen. Die sehr viel Freude am Wettkampf haben. Und ich bin auch so jemand. Ich freue mich darauf, wenn ich Konkurrenz habe. Weil ich dann alles tue, um noch stärker und noch größer und noch besser zu werden. Nicht unbedingt, weil ich jemandem damit schaden will. Sondern weil ich dann sehe, aha, da ist Bedarf. Und ich kann das noch besser als dir. Ganz sicher kann ich das noch besser. Das ist so das Mindset, mit dem du auch an deine Kunst rangehen solltest. Und dann nimmst du dir einfach die Möglichkeiten, die du hast. Das heißt, jemandem mit der eigenen Kunst Freude zu bringen, ist zwar ganz nett, aber nichts sagen. Damit erreichst du niemanden. Damit erreichst du vor allem nicht die Herzen deiner Traumkunden. Und darum geht es ja eigentlich, dass du mit Emotionen die Menschen erreichst. Mit einem Narrativ. Mit idealen Werten, Überzeugungen und natürlich auch Tugenden und Weisheiten. Tust du aber nicht. Stattdessen sagst du, ich will meinen Kunden Freude machen mit meiner Kunst. Okay. Aber ich möchte an der Stelle noch etwas erwähnt haben. Emotionen sind das Ergebnis der Interpretation einer Situation oder eines Kontextes. Das kannst du weglassen mit dem Kontext. Aber wahrscheinlich hast du es noch nicht so richtig verstanden. Ich wiederhole es nochmal. Emotionen sind das Ergebnis der Interpretation einer Situation. Interpretation bedeutet, ich gehe hier raus, gehe um die Ecke, sehe einen kleinen weißen Pudel und erschrecke mich und fürchte mich und weine. Warum? Weil ich irgendwann mal als kleines Kind vielleicht mal von einem kleinen Pudel gebissen wurde. Natürlich nicht, aber das ist jetzt ein Beispiel. Das heißt, wenn ich einen kleinen Pudel sehe und ich habe ein Trauma wegen kleinen Pudeln, dann werde ich natürlich dementsprechend Angst und Furcht und Frust und ich werde mich überwältigt fühlen. Das sind genau die Emotionen, die ich in dem Moment spüre. Wenn du aber ein ganz, ganz gesundes Verhältnis zu Pudeln hast, wie ich das habe, dann wirst du wahrscheinlich dich freuen über so einen netten, kleinen, klugen Pudel. Das heißt, so wie wir die Dinge dann auch interpretieren, so fühlen wir uns dann auch. Das ist ein ganz einfaches Ding. Das heißt, es muss ein Kontext sichtbar sein. Erkennt der Kunde sich selbst in deiner Kunst wieder. Aber wie bei dem Beispiel mit dem Imbissprojekt, das du dir da ausgesucht hast, da geht es auch hier darum, Sachen zu einem gewissen Preis zu verkaufen. Und der Preis muss natürlich gerechtfertigt sein. Und der Preis ist dann gerecht, wenn alle vier Faktoren, die ich dir jetzt gerade aufzähle, in einem gewissen hohen Maße erfüllt sind. Also sichtbare Arte, Arbeit, hohe Qualität, Spezialisierung, hervorragender Service. Und das Geiste, was ich immer wieder höre, da kann ich nur lachen. Sorry, Leute, also an diejenigen, die mir das so erzählt haben. Also ich könnte ja meine Kunst, also die Kunst, die ich ja mache, die braucht ja nicht so viel Zeit. Also das könnte ich ja in, weiß ich nicht, drei Stunden machen und dann bin ich fertig. Ja, und dementsprechend kannst du halt auch einen Preis dafür verlangen, ne? Für drei Stunden Arbeit, rechne 150 Euro, tschüss. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Wenn du das Gefühl hast, dass du keine sichtbare Arte Arbeit dahin legst, dann ist das ein Punkt, an dem du arbeiten musst, ne? Wenn du da halt nicht dran arbeitest, dann wird da irgendjemand kommen und dir sagen, guck mal, das könnte mein kleiner Junge, der sechs Jahre alt ist, betrunken besser als du, ne? So, und deswegen ist es wichtig, dass man da sichtbare, harte Arbeit dahint hat, damit man auch ernst genommen wird, sonst ist es wie Nasenbluten auf Leinwand. Selbst abstrakte Kunst kann man sehr, sehr komplex aufbauen und natürlich auch mit einer gewissen Finesse. Versuch mal so ein Mark Rothko Bild nachzumachen, ne? Das ist nicht so einfach, ne? Niemand weiß so wirklich, wie er es gemacht hat, weil es keine Aufnahmen von ihm gibt, wie er das in seinem Atelier alles angemischt hat, mit den ganzen Farben. Er hat das ja in Terpentin, hat er das ertränkt, ne? Also, selbst in der abstrakten Kunst, selbst da ist es möglich, sichtbare, harte Arbeit an den Tag zu legen. Auch hohe Qualität in allen Bereichen, in der Präsentation und auch in dem Versand, ne? Versuch bitte, bitte, bitte nicht irgendwie die Preise, irgendwie am Preis was zu sparen oder an den Kosten zu sparen, indem du halt hässliche Verpackungen nutzt oder sowas, ne? Das machen Amateure, das machen keine Profis. Ja, genauso auch Spezialisierung. Das heißt, sich einfach konzentrieren auf einen Bereich. Was ist, wenn dich halt nichts anderes interessiert als die Kunst? Naja, dann such dir irgendwas aus, was dich interessiert und dann bleib da mal dabei. Und wenn du dabei nicht bleiben kannst, tut mir leid, dann bist du halt auch nicht fürs Selbstständigsein gemacht. Selbstständig zu sein bedeutet, sich fokussieren zu können und zu vielen, vielen Dingen, auch zu tollen Angeboten, Nein zu sagen. Ja, deine Freiheit liegt darin, nicht die Dinge tun zu müssen, die du nicht tun willst. Aber gleichzeitig bedeutet es eben nicht, einfach alles tun zu können, was man will. Das ist keine Freiheit. Das ist Irrsinn, einfach alles zu tun und dann sich zu wundern, dass man nirgendwo ankommt. Luigi wird wahrscheinlich auch nur Pizzen gemacht haben oder wird halt wahrscheinlich nur Pizzen machen und nur das machen und damit natürlich die Wahrscheinlichkeit auch erhöhen, dass er noch besser darin wird und natürlich auch mit seiner lockeren, offenen Art natürlich auch die Gäste so ein bisschen unterhält. Sich breit aufzustellen ist in so einer, ist eine der riskantesten Dinge, die man tun kann. Vor allem als Künstler oder Künstlerin. Lass mich dir das ganz einfach erklären, damit wir das einfach mal so simpel darstellen. Stell dir mal vor, du hast deinen Fokus, deine Konzentrationsfähigkeit hast du auf einer Skala von 1 bis 100. Du hast 100 Punkte zur Verfügung jeden Tag. Je mehr Punkte du halt in eine Sache investierst, wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, wirst du mir zustimmen. Je mehr Punkte du investierst in eine Sache, je mehr Fokus du investierst in eine Sache, umso besser wirst du. Logisch, oder? Also, jetzt stell dir mal vor, du musst diese 100 Punkte durch sieben teilen, weil du glaubst, du musst dich breit aufstellen oder weil du Angst hast, irgendwelche Leute vergraulen zu können oder zu müssen oder zu dürfen oder wie auch immer du diese Situation siehst. Ja, da bleibt nicht viel über, oder? Du verkaufst nur Schleppen, bist gar nicht und wunderst dich halt darüber, dass du so komische, unterschiedliche Kunden hast, die nix gemeinsam haben. Die haben nix gemeinsam. Nix, nix, nix. Und dann hast du auch gar keine Vorstellung darüber, wer dein Kunde ist und versuchst dann halt, wie ich das jetzt auch angesprochen habe, bei der Verpackung Geld zu sparen, weil du nicht weißt, wie du an neue Kunden rankommst. Selbst das Feedback von diesen Kunden bringt dir überhaupt nichts, weil die so unterschiedlich sind. Das heißt, man muss sich auf eine Sache konzentrieren, damit man innerhalb dieser einen Sache mit wenigen Veränderungen der Variablen dann halt auch systematisch und halt auch wissenschaftlich zu dem Ergebnis kommt, das man sich wünscht, und zwar Kunst zu verkaufen. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, du hast, sagen wir mal, ein Kunstwerk, du zeigst es jemandem, der auf jeden Fall daran interessiert wäre, zumindest an dem Thema interessiert wäre, was ja auch Teil der Ikonenschmiede Akademie Ausbildung ist, dass du diese Menschen kennenlernst, und die werden dir dann auch sagen, das und das gefällt mir, das und das gefällt mir, das und das gefällt mir nicht, ich hätte mir das gewünscht. Und dann, was machst du? Natürlich wirfst du nicht deine ganze Kunst über den Haufen, sondern du achtest darauf, was andere noch sagen. Achtest auf Muster, wirst Rückschlüsse ziehen können. Und diese Rückschlüsse werden dir dabei helfen, einen einzigen Faktor zu finden, den du nutzen kannst, um eben deine Kunst weiterzuentwickeln. Nicht alles zu verändern, sondern nur einen Faktor. So geht man wissenschaftlich vor und dann testet man und dann verkauft man. Und so geht man weiter vor. Deswegen, es ist wichtig, dass man lernt, als Unternehmer zu denken und nicht wie ein Amateur, der sich irgendwie auf Instagram irgendwelche Künstler anschaut, die tausende Follower haben, die man sich übrigens kaufen kann. Auch die Likes kann man sich kaufen. Das sind so idealisierte Darstellungen von Menschen, von denen man nicht mal weiß, ob sie tatsächlich was verkaufen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich da auch nicht so vergleichst mit anderen Künstlern. Wir haben Künstler bei uns in der Kunstmedia-Akademie, die nicht mal tausend Follower haben und von ihrem Instagram-Account immer und immer wieder Anfragen bekommen. Also von dem her, es ist wichtig, dass man da einfach so einen Blick dafür hat. Dasselbe gilt eben auch, wenn man sich ja nur auf eine Sache konzentrieren sollte, eben auch Social Media, Facebook, Instagram, Pinterest, alles durcheinander. Du bist halt eine Person, wie willst du das alles machen? Hm, es geht ja nur eine Person, du bist ja nur eine Person. Du musst ja, das höre ich immer wieder. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Pinterest, ich habe einen Shop, ich habe das, ich habe ein Newsletter, ich bin noch bei der Ausstellung, ich bin noch im Kunstverein, ich habe das, das. Ja, und wann schläfst du? Was zum Geier? Wie wäre es, wenn dich auf eine Sache konzentrierst und das halt richtig gut machst? Und dann wird das besser und dann verkaufst du auch. Genauso auch dasselbe bei Formaten deiner Kunstwerke. Die Auswahl der Farben, immer wieder hin und her springen. Unterschiedlichste Formate nutzen. Ja, das könnte gut aussehen. Oh, ich habe heute mal Lust auf was Großes. Ja, und wenn es niemand kauft, wieso sollte man einfach schon mal so viel Geld in etwas investieren, von dem man nicht mal weiß, dass es überhaupt ankommen könnte? Das heißt, bei Prototypen, wenn man einen Prototypen macht für einen Markt, dann ist der nicht komplett fertig, sondern, wie du hörst, ist ein Prototyp. Das heißt, man investiert erstmal so wenig und so wenig Zeit und Energie wie möglich in diesen Prototypen, um zu sehen, ob der Markt überhaupt darauf reagiert. Das heißt, kleinere Formate, Serien erstellen, zusammenhängende Geschichte erzählen. Genauso auch die Motivwahl. Tausend unterschiedliche Motive zu nutzen, auch wenn sie innerhalb deiner Intention sind, ist jetzt nicht so hilfreich. Da sollte man natürlich auch einen roten Faden suchen. Auch die sprachliche Umsetzung deines Marketings. Genau dasselbe Ding. Wenn ich auf einmal anfange, mit dir Russisch zu reden, und dann sagst du, Also ich kann auch kein Russisch. Aber das ist genau der Punkt. Wenn ich eine Sprache nutze, um dich zu erreichen, und dann rede ich auf einmal Chinesisch oder Japanisch, dann ist es genau dieser Punkt. Man versteht dann nicht mehr, worum es geht. Das heißt, wenn du eine sehr schwammige Kommunikation hast, dich nicht auf einen Punkt konzentrierst, dann wird natürlich diese eine Person, die wahrscheinlich am meisten daran Freude hätte, was du da anzubieten hast, sich überhaupt nicht angesprochen fühlen. Ja, so gesehen ist es irgendwie deine moralische und ethische Pflicht, dass du dich zusammenreißt und dich auf eine Sache konzentrierst. Sowohl technisch, als auch thematisch, als auch in der Ansprache und Präsentation deiner Kunst. Also wenn du sagst, du würdest den Menschen jetzt Freude in die vier Wände bringen, dann ist das zwar ganz gut und nett, aber bedeutet halt erstmal dem potenziellen Kunden gar nichts. Wir hatten vorher angesprochen, das ist der emotionale Wert. Es braucht zwei weitere Sachen. Der soziale Wert und der symbolische Wert. Was ist der symbolische Wert? Der symbolische Wert ist das, was dieses Kunstwerk persönlich für diese Person bedeutet. Was genau bedeutet dieses Kunstwerk für mich? Wofür ist es ein Statement? Woran soll es mich persönlich erinnern? Auch der soziale Wert. Was bedeutet das? Wie reagieren meine Freunde und Bekannte auf dieses Kunstwerk? Aber natürlich auch im sozialpsychologischen Sinne, welchen Eindruck werden andere Menschen von mir haben, und wenn ich dieses Kunstwerk daheim hängen habe, werden sie mich auslachen, werden sie mich beneiden. Welche Geschichte werde ich erzählen? Sind sie überhaupt interessiert daran? Kann ich damit zeigen, wer ich bin? Wir kaufen immer nur die Dinge, die uns dabei helfen, die Person zu sein, die wir sein möchten. Also Klamotten und so weiter. Natürlich gibt es halt auch so Verbrauchsgüter wie Klopapier, aber selbst dann würde ich behaupten wollen, dass du dieses Klopapier nur in der Erwartung kaufst, dass du dich danach besser fühlst. Und wenn wir dieses sich danach besser fühlen, vielleicht als Nordstern nutzen, dann wirst du wahrscheinlich dich auch besser fühlen, wenn du dir Kunst kaufst, in deinem Fall jetzt, die deine Werte und Überzeugungen und die Dinge, die dir wichtig sind, darstellen. Genauso wie du einfach auch Bücher kaufst, die genau das ansprechen, was für dich wichtig ist. Es geht immer um Narrative. Man sagt dir immer, ein Bild erzählt mehr als tausend Worte. Ich sage dir eins, eine gute Geschichte erzählt mehr als tausend Bilder. Von dem her, lasst uns da so ein bisschen mehr in den Narrativ reinkommen. Deine Kunst ist ein Symbol für etwas, ist etwas, mit dem man auch eine gewisse Wirkung erzielen kann. Soweit, so gut. Werden wir damit natürlich, werden wir damit auch Menschen anziehen, die einfach nur ein schönes Kunstwerk haben wollen, die jetzt gar nicht so an dem sozialen und symbolischen Wert orientiert sind oder am emotionalen, sondern die brauchen halt irgendwas jetzt, was schön über dem Bett aussieht. Werden wir solche Menschen anziehen? Ja, werden wir. Huh, wer hätte das gedacht, ne? Ja, sicher. Ja, aber an diese Leute richtet sich dann aber das Marketing nicht. Wir haben unterschiedlichste Entscheidungstypen. Es gibt so Marketing, gerade im Werbetext, im Copywriting, vom Conversion Copywriting, wo es darum geht, halt auch Ergebnisse zu erzielen. Nicht einfach nur, hier so kreative Stunde im Schreiben hier so, was oft als Werbetext verkauft wird. Im Conversion Copywriting wird immer davon gesprochen, dass es vier unterschiedliche Entscheidungstypen gibt. Zum einen eben logische Entscheider, die halt sehr, sehr schnell entscheiden. Logisch und schnell. Das heißt, die schauen sich Eckpunkte an. Erfüllt das meinen Zweck? Dann haben wir logische Entscheider, die viel, viel Zeit brauchen. Also Leute, die alles wissen wollen. Wo hat die Person ausgestellt? Mit wem hat sie ausgestellt? Stimmt das überhaupt? Was haben Kritiker über sie gesagt? Bei welchem Galeristen hat sie ausgestellt? Kann ich da überhaupt, kann ich da nachfragen bei dem Galeristen? Das tue ich doch vorher, bevor ich Geld investiere. Das sind logische Entscheider. Denen ist eigentlich nicht so wichtig, was hinter deiner Kunst steht. Das ist natürlich auch eher ein Markt, den wir mit der Selbstvermarktung nicht ansprechen. Das ist der Primär- und Sekundärkunstmarkt, der ehrlich gesagt schon ziemlich verschwommen ist. Es gibt da keine klare Trennung mehr. Wo es dann aber darum geht, eine gewisse Aktie zu schaffen und dann ist alles nur positives Beiwerk. In Kunstgalerien wird auch oft davon abgesehen, überhaupt über den Hintergrund der Kunst zu sprechen oder über die vermeintliche Bedeutung, weil das Kunden abschrecken könnte. Weil diese Kunden, die sie haben, die sind nicht darauf aus und die wollen halt einfach Kunst haben, die ganz nett aussieht und eine Wertanlage ist. Dann haben wir natürlich die emotionalen, schnellen Käufer. Das sind Impulskäufer, die halt was sehen und sagen, oh cool, gefällt mir, will ich haben. Und dann gibt es natürlich die Leute, die viel Zeit brauchen und emotional entscheiden. Das sind die Leute, die wir ansprechen. Das heißt, das sind Leute, die wissen wollen, wer du bist, mit welchen Leuten du zusammenhängst, also welche Werte du hast, welche Geschichten du erzählst. Ist das überhaupt echt? Ist das authentisch? Ist das auch die Kunst, ist das integer mit dem, was du auch sagst? Also das, was du sagst, zeigt sich das auch in der Kunst. Da haben wir eben diese drei Faktoren, die Vertrauen schaffen. Wohlwollen, Integrität, Kompetenz, also im Sinne des Kunden zu arbeiten, das eben auch zu zeigen. Dann auch die Kunst im Einklang zu bringen mit dem, was man sagt. Und natürlich auch Kompetenz, nicht nur fachlich, sondern auch technisch, in dem Bereich, in dem du bist. Also, da wären wir wieder. Sichtbarate Arbeit. Das ist ein wichtiger Punkt, eine Sichtbarate Arbeit. Menschen kaufen nicht für wenig Geld Sachen, die nichts wert sind, außer sie sind später mehr wert, weil man darauf spekuliert. Also es ist einfach immer und immer wichtig. Du brauchst primär einfach einen Käufer, der sich emotional mit deiner Kunst, mit deiner Arbeit identifiziert. Die brauchen eine Geschichte. Die brauchen vor allem eine Geschichte, die sie erzählen können. Ohne Geschichten würden wir gar nicht existieren. Wir haben alle einen gewissen Narrativ mitbekommen. Auch schon von Kindesbeinen an. Die ganze westliche Welt ist geprägt vom christlichen Narrativ. Man kann davon halten, was man will. Ich finde es gar nicht schlecht. Man wird Werte, Überzeugungen und so weiter werden einem zumindest mitgeteilt. Ob sie dann auch gelebt werden, ist das andere. Aber es ist halt einfach wichtig, dass die Person, wenn sie sich Kunst kauft, halt etwas erzählen kann. Nicht nur anderen, sondern auch sich selbst erzählen kann. Wir erzählen Sachen uns selbst ständig. Ich habe letztens auch etwas Tolles gehört. Menschen streiten sich nicht, sondern sie argumentieren nur für sich selbst. Sie verteidigen nur ihre eigene Position. Da geht es gar nicht um denjenigen, der vor ihnen steht. Und genau darum geht das. Wir haben gewisse Überzeugungen und Positionen, die wir einfach verteidigen wollen. Das können Geschichten sein, die Werte und Ideale darstellen. Tugenden und Weisheiten, nach denen wir leben könnten oder sollten. Alles andere ist dann halt einfach nur nette Deko und viel Handarbeit. Das höre ich auch immer wieder. Ich sitze so lang an diesem Kunstwerk, ultra realistische Landschaftsmalerei, sieht super toll aus, will aber keiner haben, weil da halt 200 Stunden Arbeit drin steckt und natürlich dementsprechend entlohnt werden sollte. Und dann denkt man sich, okay, ich könnte mir aber auch ein schönes Foto kaufen hinter Alkylglas von einem Fotografen, das halt auch super aussieht und künstlerisch ist. Also von dem her, da muss man dann natürlich dann mit der Geschichte punkten. Die Geschichte ist das, was einfach auch überzeugt. Das haben wir in der Modebranche genauso. Welcher Narrativ steckt dahinter? Wer hat bereits diese Sachen getragen? Es gibt einen Grund, weswegen Kanye West so erfolgreich ist mit seinem Modelabel und mit diesen ganzen Neuschöpfungen, die er sich da ausgedacht hat. Weil halt er dahinter steckt mit seiner manischen Persönlichkeit. Das ist halt so dieser typische Künstler, der genial ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch verrückt. Und dann macht er so verrücktes Zeug und das sieht dann super toll aus. Deshalb, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, deine Aufgabe ist es, diesen Narrativ zu finden, der im Kopf deines Kunden stattfindet. Schritt für Schritt lernst du das natürlich in der Kunstschmiedeakademie, aber ich kann dir an der Stelle einfach mal einen Tipp geben. Es ist wirklich was ganz, ganz Kleines. Ich möchte das auch nicht so weit ausufern lassen, aber stell dir einfach mal vor, du sitzt oder stehst an einer Gabelung. Du bist so im Wald unterwegs und dann gehst du diesen Weg und du willst diesen Weg verlassen. Du willst entweder links gehen oder rechts gehen. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Aber links ist der schlechte Weg. Rechts ist der gute Weg. Das ist eigentlich genau dieser Aufbau einer vernünftigen Geschichte. Du hast jemanden, der seine gegenwärtige Situation verlassen möchte, aus einer gewissen Überzeugung heraus hat ein gewisses Ziel vor Augen. Und dann kommt er an so Scheidewegen, an so Gabelungen vorbei, wo er dann Entscheidungen treffen muss. Und das ist natürlich eine Metapher dafür, wie man sich selbst entschließt, in welche Richtung man geht. Also man hat auf der linken Seite etwas, das auf negativen Emotionen beruht und etwas auf der rechten Seite, das auf positiven Emotionen beruht. Das kann eben bedeuten, dass man dann logischerweise nach rechts geht, weil dort halt die Erlösung auf einen wartet. Also das ist ja eigentlich so dieser vernünftige Weg. Aber wir Menschen sind halt nicht vernünftig. Wir sind meistens sehr emotional und meistens, wenn wir aus einer negativen Situation rauskommen, gehen wir erst den Weg, der auf diesen negativen Emotionen beruht. Das ist ein ganz einfaches Ding. Stell dir vor, du bist super gestresst. Du weißt nicht, was du mit dir anstellen sollst. Du suchst Ablenkung. Natürlich in Unterhaltungsmedien, meinetwegen auch dem einen oder anderen Bierchen. Oder man reist durch die Weltgeschichte, weil man nicht bei sich selbst sein kann. Alles Möglichkeiten. Man kann natürlich auch das Reisen jetzt sehr positiv sehen. Ich bin mir sicher, da fühlt sich der ein oder andere getriggert. Solltest du auch, denk mal drüber nach. Aber es geht darum, dass man versteht, wir sind hier und jetzt, möchten irgendwo hin und links und rechts haben wir die Möglichkeiten zu wählen. Und links natürlich, wenn es negativ ist, da kommen wir dann nicht großartig weiter. Da werden wir nur damit konfrontiert, was wir alles falsch machen, welche Probleme wir haben und dass wir vielleicht eher einen vernünftigen Weg gehen sollten. Einen Weg, der auf Mut, Zuversicht, Vernunft und Warmherzigkeit beruht. Statt auf Angst, Wut, Selbstsucht, Apathie, Neid, Begierde. Das ist auch etwas. So Narzissmus und Begierde. Etwas, das man immer mehr auf Instagram auch sieht. Das finde, das ich irgendwie auch irgendwie ganz lustig finde, weil, wie so eine kleine Studie, wie so eine Fade-Studie. Aber es ist einfach wichtig, dass man versteht, jeder Mensch hat die Entscheidung, entweder aus negativen Absichten heraus zu handeln oder aus positiven Emotionen heraus. Und dann kann man entscheiden, wo willst du an der Gabelung abbiegen? Wo willst du abbiegen? Links ist der negative Weg des Egos, rechts ist der positive Weg der Selbstlosigkeit. Wenn du dir als ein Thema aussuchst, wenn du dir als ein Thema aussuchst und sagst, ich will Freude in das Leben der Menschen bringen, dann bitte, bitte, überlege dir aus welcher Situation heraus dieser Mensch dann auch Freude empfinden möchte. Was passiert bei dem zu Hause, im Kopf, in der Arbeit, wo auch immer, lerne die Situation deines Kunden mit dieser Gabelung zu beschreiben. Also du stehst hier, du hast schon alles ausprobiert, du bist hin und wieder motiviert in die Richtung zu gehen, hast das und das ausprobiert, aber ich kann dir was anderes anbieten und zwar diesen Weg und diese Kunst kann ich daran erinnern. Das ist zum Beispiel eine Methode, es gibt ja Dutzende Möglichkeiten, wie man die Intention beschreibt. Das lernst du auch bei uns in der Kunstmedia Akademie, aber wo ist er, wo möchte er hin, welche Möglichkeiten hat er? Wenn du das nicht weißt, dann hast du kein Business. Wenn du nicht weißt, was deinen Kunden interessiert, was ihn begeistert an deiner Kunst, dann kannst du ihm nicht das geben, was er will. Das heißt, du verkaufst nicht. Punkt. Punkt. Und dann arbeitest du auf Verdacht und hoffst darauf, entdeckt zu werden. Ja, was nicht passieren wird. Sorry, gib einfach mal Hashtag Kunst auf Instagram ein. Dann wirst du sehen, wie viel Konkurrenz du hast. Du musst proaktiv rausgehen. Es ist deine Verantwortung, den Kunden zu finden und es ist auch deine Verantwortung, dein Zeug ansprechen, zu beschreiben. Versuch da irgendwie keine Ausreden dir irgendwie zu holen von irgendwelchen Lehrmeinungen, irgendwelchen verstaubten Galeristen, die ohnehin nach der ganzen Blockchain-Geschichte verschwinden werden. Hör auf deine Vernunft, hör auf dein Verstand. Dein Verstand wird dir sagen, ich muss den Leuten erklären, was ich da mache, damit sie überhaupt den Wert erkennen. Das gesunde Menschenverstand. Wenn du nicht schon in der Kunstschmiede-Akademie dabei bist und ihr angehörst, dann kauf dir verdammt nochmal einfach Bücher darüber, wie man Geschichten schreibt. Lerne, beobachte, wende an. Dir ist nicht damit geholfen, über Mindset, Marketing und Verkauf irgendwie was zu hören oder zu lesen, wenn du nichts davon anwendest. Ich höre immer wieder, ich bin, ich bin ein jahrelanger Zuhörer deines Kunstverkaufen-Podcasts. Dann schaue ich auf den Instagram-Kanal und da steht nichts von der Intention, alles unterschiedliche Kunstwerk und da würde ich am liebsten schreiend eine Voice mir hinterlassen, was ich natürlich nicht mache, weil ich habe mich sehr gut unter Kontrolle. Aber es ist wichtig, lass mich einfach mal abschließend hier noch einen Punkt machen. Du siehst, das ist heute so ein besonderer Rant und das liegt mir auch am Herzen, weil mir ist wichtig, dass du da draußen deine Kunst verkaufst. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber mir wurde immer gesagt, Künstler werden geht nicht, man braucht die richtigen Kontakte und man braucht viel Glück und das ist halt Bullshit. Das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat mit Systematik zu tun. Und mein Antrieb ist es, genau das zu zeigen. Und wenn ich tausend, zehntausend, hunderttausend Künstler habe, die auf Basis genau dieser Philosophie ihre Kunst verkaufen, um andere Menschen eine Freude zu machen, um die Ideale darzustellen, die wir leben könnten und sollten, um endlich positive Veränderungen in der Welt zu inspirieren, im Einzelnen, zu Hause, dann habe ich gewonnen. Das ist mein Ziel. Wenn du dabei teilnehmen möchtest, gerne. Ich lade dich ein, höre noch weiter zu. Ich möchte aber abschließend noch einen Punkt machen. Den Kunden interessiert nur, was er davon hat, was du ihm verkaufst. Wenn du ihm das nicht erklären kannst, ist es vorbei, dann bist du raus. Und dann gehen sie zu Luigi, zu Oema oder Kim, die Versichtbarer hat der Arbeit, hohe Qualität, Spezialisierung und hervorragenden Service stehen. Während du in deinem Imbiss mit sechseinhalb Gerichten irgendwie rumhantierst, weil du Angst hast, dich zu spezialisieren. Und in dem Fall ist deine unspezifische Intention dein Untergang. Die einzige Freiheit, die du hast, ist zu entscheiden, was du nicht tun willst. Nicht alles zu tun, was du willst. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wir hören uns in zwei Wochen in der nächsten Episode. Bis dann. Ich wünsche dir den Erfolg, wie du machst. Untertitelung des ZDF, 2020